Wir sind Menschen, die in Wittenberg leben und wir engagieren uns für unsere Stadt. Wir wollen, dass hier alle Menschen unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung gleichberechtigt zusammen leben können. Wir setzen uns ein für Demokratie und Toleranz in einer pluralen Gesellschaft gegen Rassismus und jeglichen Formen von Menschenfeindlichkeit. Als Bündnis schaffen wir Möglichkeiten für einen offenen Dialog, für Aufklärung und Auseinandersetzung mit den Fragen zu diesen Themen. Wir unterstützen Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund darin, eine neue Heimat zu finden. Ob vorübergehend oder dauerhaft. Hier in Deutschland, hier in Lutterstadt-Wittenberg. Wir engagieren uns in Vereinen und Verbänden, in Parteien und Initiativen. Wir sind verschieden in unseren Auffassungen. Aber uns eint unser Selbstverständnis. Der Einsatz für Menschenrechte und für ein respektvolles Zusammenleben verschiedener Nationalitäten. Kulturen und Religionen. Und gegen jegliche Formen der Herabsetzung und Gewalt. Demokratiefeindlichkeit und Hass treten wir konsequent entgegen und beziehen Stellung. Im Alltag und überall dort, wo wir uns engagieren. Wir stehen für ein weltoffenes und demokratisches Wittenberg.